Moin moin und hallo und willkommen im neuen Jahr und frohe Weihnachten und was ich auch immer verpasst habe, euch zu wünschen. Es geht weiter mit Jacked Alliance im neuen Jahr und zwar sind wir ja immer noch in der Raketenbasis, so wie beim letzten Mal. Und wir werden dann wohl gleich nach Grum gehen. In der Zwischenzeit habe ich ein bisschen, wie ihr sehen könnt, die Milizen aufgebärtet. Und Raider ist ja dazugekommen, der hat mittlerweile dann auch eine bessere Waffe bekommen. Außerdem hat es dabei ein paar Reparaturarbeiten gemacht und wir sollten jetzt eigentlich ganz gut dabei sein, nach Grum zu gehen. In der Zwischenzeit haben wir auch E-Mails erhalten. Eine die ich noch nicht gelesen habe. Speck. Und viel wichtiger von Kingpin mit folgender Nachricht. Lass mich gleich zur Sache kommen. Ich weiß, du hast, dass du mein Geld genommen hast. Ich gebe dir genau 48 Stunden, um zu mir nach Hause zu kommen und es mir persönlich wiederzugeben. Zuzüglich 25% extra Gebühr für meine Unannöhmlichkeiten. Natürlich. Wenn du nicht erscheinst, werden meine Männer dich finden und wir eine Taube abschießen. Damit du ganz klar siehst. Ich hatte keine Probleme, dich jetzt zu finden. Also werden sie dich später genauso leicht finden. In Erwartung deines baldigen Besuches. Kingpin. Das kriegt man auch immer gerne, so eine Nachricht. So, und Speck sagt uns gerade, dass hier irgendwelche Erhöhungen für Gampi sind. Das ist schön. Vielleicht sollten wir die einfach mal direkt bezahlen, bevor wir es wieder verpassen. Willkommen bei M.E.R.C. Wir bieten Ihnen Qualität. Und zwar... Genau. Alles klar. So. Hm. Hier kann ich schon mal nicht lang. Gut, dann gehen wir halt so. Auch kein Problem. Du bist jetzt Dienst 2. Zusammen mit Vader. So. Hoffen wir mal, dass alles gut geht. Ja, natürlich tauchen da gleich. Gleich natürlich Gegner auftauchen. Ähm, ja, wir koordinieren das gerne. Ach, ging, ach, das klingt doch zumindest fair. Offene Straße, keine Deckung und Tageslicht. Ähm, ging uns schon mal besser. Gut. Eine Gruppe dahin, eine dahin. Ja. Ähm, wenn ihr jetzt... Oh. Ich merke gerade. Die Maus funktioniert schon wieder nicht. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir auch schon wieder. Ähm, das Problem, wenn man vorher rausgetappt ist, ist halt immer noch nicht so ganz behoben. Wenn ihr euch wundern solltet, dass keine Musik spielt, dass kein Sound ist, das hat ganz einfach mit den neuen beschissenen, ähm, YouTube-Content-ID-Bots zu tun. Ähm. Das geht mir nämlich momentan etwas auf den Senkel. Zwar monetarisiere ich ja keinerlei Videos, demnach ist das bei mir nicht ganz so schlimm. Ähm, trotzdem ist es extrem nervig, diesen ganzen Content-ID-Treffern nachzugehen. Deswegen gibt es das jetzt mal entweder überhaupt nicht mit Musik oder ich, ähm, packe in den Hintergrund eventuell royalty-free Musik, wie das von anderen Videos mitunter schon mal der Fall war. Da ist der Feind. So. Ja. Wir haben hier also schon mal so ein paar Feinde, die wir sehen. Und schauen wir noch nicht gesehen haben. Ben. Ich höre. Ich höre. Nein, die haben uns noch nicht gesehen. Zwei sehen wir schon mal. Sechs sind noch über. Ich höre. Könnten uns in den Rücken fallen. Wäre nichts Neues. Wo ist denn meine Bands? Da hinten lässt sie gehen. Konrad könnte sich ja mal ein bisschen da anschleichen. In der Hoffnung, dass er niemand in die Arm läuft, natürlich. Ja, aber die haben dich... Oh, er hat dich gesehen. Naja, gut. Kriegen wir alles hin. Hohes Gras können sie scheinbar nicht belaufen. Ups. Ups. Aber nur beinahe. Ups. Ja. Da ist der Feind. Okay, wissen wir zumindest, wo sie alle herkommen. Oha. Das fängt ja schon wieder gut an. Sollen wir an Deck umgehen? Dankeschön. Haha. Das wird natürlich nix. Deine Waffe reicht nicht bis da. Und hohes Gras ist nicht so praktisch. So, Bansi. Kannst du irgendjemanden sehen? Nee, ne? Schon gedacht. Nee, nee, nee. Konrad. Du, irgendjemanden sehen? Ach, du kannst den netten Herrn da drüben sehen. Sehr schön, sehr schön. Noch irgendjemanden, denen wehtun wir jetzt? So, ihr seid jetzt ein bisschen weit vom Schuss. Das ist natürlich ungünstig. Das ist jetzt noch ein bisschen ungünstiger. Ja. Noch mehr böses Volk. Mhm. Ich höre. Der läuft einfach mal nur um Stein rum. Ja. Wenn es so weiter geht, bin ich bald perfekt. Ja. Ja. Ähm. Darum hat deine Waffe jetzt keine Reichweite mehr. Ähm. Taktischer Rückzug für dich? Ja. Hast du da irgendwas? Auch zu weit weg. Hm. Das ist in der Tat ärgerlich. Aber vielleicht trifft sie ja trotzdem. Nicht ganz guti-judi. Ähm. Barry, genau. Dich hatten wir auch noch. Ja. Und da hin? Das ist blöde hohe Gras, ne? Du kommst nicht durch. Okay. Konrad. Könntest, wenn du was sehen würdest. Gut. Das kannst du wieder nicht. Und du siehst auch immer noch nichts. Das ist natürlich auch beschissen. Hm. Ein bisschen ablenken. Und euch hatte ich schon. Der hat jetzt Konrad gesehen. Überrascht dich das jetzt, dass da einer ist? Oder wie? Wie krieg ich dich nur näher ran? Da hin? Ja. Mist. Ja, ist schon klar, dass die da alle stehen, Schnuggi. Du kannst trotzdem hinter den Baum laufen. Ja. Ah. Wann sie? Siehst du den? No, siehst du den nicht. Ist den jetzt? Nein. Schieß mal trotzdem. Naja, fast. Gut. Der ist jetzt zwar nicht so gefährlich mit seiner Miniewaffe da, aber... ...trotzdem nervig. Hm. Genau. Du kannst mir eben deine Wunde versorgen. Nicht ganz so geschützt wie gehofft. Ja, das bringt dir auch gar nichts. Immer noch außer Reichweite. Gibt's doch nicht. Hier. So. Noch sechs. Okay, leider etwas aus der Deckung holen, sonst bringen sie uns da hinten nix. Beiden. Ja. Und die hätten wir ja auch noch. Die sind leider immer noch nicht nah genug dran. Ach, doch. Hallöchen von der Seite. Oh. Schade. Schade. Das interessiert die gar nicht, dass die von der Seite angeschlossen wurden. Das ist auch interessant. Hm. Dann hat sich weggeduckt. Feigling. Noch einer fällt vor mich. So. Wie sieht es denn jetzt? Bei dir sieht es schlecht aus. Du siehst die schon wieder nicht. Ja. Hier. Ja. Hm. Die hängen da natürlich ziemlich gut hinter ihren Fettblöcken. Ja. Das ist doch nicht. Das ist immer noch außer Reichweite. Oh oh. Ich glaub, jetzt wird er gleich getroffen. Da hätte ich mich doch beinahe verletzt. Ja. Ja. Och. Echt jetzt, Grizzly. Okay, Conrad. Wanns nochmal hinterher, bitte? Und dann... Ich fange den mal mal. Wegkriegen. Ja. Ich höre. Die sehen die schon wieder nicht. Das gibt's da aber nicht. Oh. Ja. Guck mal, wie viel hält denn der aus? Ich höre. Kann doch nicht sein. Ja. Ja. Verdammt. Okay. Ähm. Ach Mensch. Kannst du auch schießen? Ja. Gut. Äh. Sollte nicht zu viel verlangen. Gut. Ja. Träume süß, du Schwein. Fehlte jetzt noch eine? Zwei, vier, sechs. Fehlen noch zwei, ne? Hm. Da sagst du was. So. Ähm. Du bist noch verletzt. Deswegen kannst du mal nachladen. Ja. Du bist auch verletzt. Ja. So. Oh. Hat sich doch bestimmt einer hinterm Felsen noch versteckt gehabt, oder nicht? Ja. Ich höre. Jawohl. Alles klar. Geht mal, Kundenlungs. So. Bands. Ja. Ist doch auch nicht verletzt, ne? Ja. Aha. 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 Ich muss meine Waffe neu laden. Oh. Ja. Shit. Ich wusste, da war noch wer. Mist. Nicht gut. Kleiner Penner. Versteckst dich zwischen den Leichen deiner Freunde. Fast. Oh Gott. Für Bansi sieht es jetzt ganz schlecht aus. Ach. Jetzt ist er wieder weggeduckt. Sackt sich. Ja. Jetzt stirbt er vor sich hin. Ist jetzt gerade uninteressant. Doktor, machen wir Verheilung hier. So ist der kleine Penner. Schön, dass du jetzt gerade schon wieder so voll in der Schusslinie sitzt. Ja. Oh, du siehst hier nicht. Natürlich nicht. Oh, jetzt sieht er nicht. Wahrscheinlich könnte ich ihn doch einfach ausbluten lassen. Also kurz abgelenkt. Ein Streifschuss. So. Ach, schön, jetzt kenne ich die erstmal alle wieder. Ach, ist auch zum Kotzen. Alle wieder heilen hier. Sonst nichts Brauchbares da? Oh, ein Lauschmikro. Du hast etwas gefunden. Hm. Du schufst, du schufst, du schufst. Okay. Wer möchte denn ein Lauschmikro haben? Du hast ja schon eins. Du hast auch schon eins. Ich glaube, ich gebe Raider mal eins. Wir haben noch nette Munition. Du nicht. Du gehst gar nicht zum Team. Ach, das kannst du benutzen. Nicht sehr praktisch. Hm. Das brauchst du sowieso nicht. Dennoch Technik. 12, 0, 24, 45. Joa. War's schon. Ich will noch mal einen von haben. Und was ist er denn jetzt? Konrad. Rete braucht kein Mensch. So. Doktor. Irgendjemand Medizin. Du. Dann nimm doch mal den anderen Koffer. Wir haben ja mittlerweile zwei Koffer. Netterweise. Und verarzte auch mal ein paar. Und zwar. Banz. Ach, nicht du. Bist nicht Banz. D. Und Konrad. Ja. Schon mal dabei sind, ne? Die anderen sind ja unverletzt. Okidoki. Okay. Mal schlafen. Mal schlafen. Ja. Ich bin. Untertitelung des ZDF, 2020